Hier spricht Ihr Captain. Auf der linken Seite haben Sie jetzt einen wunderschönen Blick auf den Grand Canyon. Ich sagte doch, wir können fliegen. Wie macht Tom Clusters nur? Das gibt's doch nicht! Du Scheiße! Das wird Dir nicht gefallen? Ich kann Dir garantieren, dass mir das nicht gefallen wird. Mein Zuhause hat uns aufgespürt. Wer hat dieses Ding geschickt? Mein Schöpfer. Klar doch. Die Symbionten sind nicht zufällig hier. Sie sind geflohen. Wovor? Wie heißt denn der Typ, hm? Null. Null? Null! Ah, 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 pssst. Wir haben etwas, das er braucht. Solange, wenn er lebt, wird alles ein Ende haben. Was machen wir jetzt? Wir müssen uns tarnen. Hey, Mann. Arm. Warum schlägst Du ständig Leute K.O.? Was stimmt mit Dir nicht? Krügelgum. Wir haben viel erlebt. Du und ich. Aber wir sind am Ast. Diese Welt kann nicht überleben, wenn Ihr verbunden bleibt. Oh, baby, baby, it's a wilder world. Aber ich brauche ihn. Ah! 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 Wir sind schlimme Menschen. Ja, und wie? Ah! 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 Adi, ich bin bei Dir bis zum Ende. Okay, mehr Geld haben wir nicht. Was ist das für ein Gefühl? Ist das wie... Dieses Gefühl? Ah! Als hätte ich all meine Probleme in Luft aufgelöst. Nein! Ich glaube, Du hast mir den Fuß gebrochen. Adi, ich brauche mehr Kohle. Drei bis zum Ende. Ich hoffe, du hast mir gewonnen. Ich habe Hasta